Hi, mein Name ist Stefan Strauß und ich verdiene seit ungefähr 15 Jahren mit Online-Marketing meinen Lebensunterhalt. Ich würde Ihnen gerne im Zertifikatslehrgang Online-Marketing-Manager den großen Überblick über das Online-Marketing geben und mit Ihnen zusammen erarbeiten, wie es für Ihr Unternehmen zum Profit führen kann. Wo die User auf Ihre Inhalte zugreifen, wann und womit? Das ist eine untergeordnete Frage. Ich will, dass Sie zugreifen. Ich zeige Ihnen Techniken wie Affiliate-Marketing, wie Search-Engine-Marketing, wie Search-Engine-Optimization. Ich zeige Ihnen vor allen Dingen aber auch Google Analytics. Was du nicht zählen kannst, kannst du nicht steuern. Ich werde Ihnen zeigen, wie Ihre Webseite funktionieren muss und ich werde Ihnen zeigen, wie Social Media funktionieren muss, damit Sie in Dialog kommen, damit das Beste für Ihre Company rauskommt. Der Zertifikatslehrgang mit seinem großen Überblick über die digitalen Möglichkeiten richtet sich an Einsteiger, die einschnuppern wollen das Thema, an Fortgeschrittene, die zum Beispiel in Abteilungen für digitales Marketing arbeiten, aber auch an Geschäftsführer, die einen neuen Überblick über die digitalen Expansionsmöglichkeiten für Unternehmen bekommen wollen. Mit Sicherheit. Im Online-Marketing geht eigentlich alles um Ziele. Und Ziele sind smart, das heißt spezifisch, messbar, anspruchsvoll, realistisch und terminiert. Wie Sie für Ihre Unternehmung die perfekten Online-Marketing-Ziele finden, das zeige ich Ihnen im Zertifikatslehrgang. Sollten Sie jetzt noch Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei uns. Ich würde mich freuen, Sie kennenzulernen und mit Ihnen zusammen, Ihr Zertifikat zu erarbeiten. Auf bald!